Komm schon. Oh, war das laut. Das war krass laut auf dem Ohr, soll ich sein. Das fand ich jetzt nicht so geil. So, ein Geschein geht es hier auch nicht lang, hier lang, da lang, da lang, einmal komplett außen rum, und hier, ok, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, warte mal, einmal schauen, ob hier was ist, ne, oh, Leichenhalle. Oh ja, alles gut. 25%, gut, also 25%, plus, hat was. Auf jeden Fall. Eine neue Herausforderung. Krass, die können wir eigentlich, obwohl ich, warte mal, ich muss eigentlich pennen gehen, das wäre eigentlich auch sinnvoll. Oh, warte mal. Fangen sie gleich an, hier vorne. Städteherausforderung? Okay. Können wir machen. Quitsch, 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 quitsch. It's all about killing things and taking their stuff. What was it called? Grattos and Gremlins or something like that? Yeah. Hey, what are you doing here? I'm here to beat you up and evict you. Enough talking, let's fight. Let's. Hallo, ich hab beim Landstreicher geübt, Jungs. Kommt hier noch nicht mal gegen an. Woundhouse Kick. Ach, komm, hier. Der ist ein bisschen härter. Bist kein Black Ninja. Der bist du, hä? Was wird euch los? Ja, komm schon. Come on, enough with the love. Come on. Our two better moons on a starved battle. Oh, hier frisst das. Nimm doch einfach den da. Schitter-Club aus erhalten. Nice. Speichern, wenn wir auf jeden Fall gleich mal speichern. Speichern ist immer gut. Wie lange sitzt man denn eigentlich hier schon dran, ne? Mal schauen wir uns auch nach. Äh, was ist denn? Null, ach, null Tage. Okay, elf Stunden, neun, dreißig Minuten. Oh, knapp zwölf Stunden. Oh. Söööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So, wir werden aber den Stadtbus nehmen. Ich werde den Unterricht auf jeden Fall nachvollziehen und weiterfahren. Wir haben eckig mal einen Busfahrer. Applaus. Jetzt ist er wieder da. Wo ist die denn? Achso, die ist bei der Stadt, alles klar. Aber den Unterricht werde ich auf jeden Fall nachvollziehen. So, ganz gechillt. Warum leckt das Spiel? Ich warte mal einen Moment. Jetzt geht's vielleicht. Warte mal, komm her. Wie? Was ist denn, Alter? Jetzt habe ich wassel bei mir. Fett. Wassele, ich habe leider Unterricht. Was kann man denn noch haben? Fotografie, Musik, Erdkunde. Hi, Russell. Was ist denn hier vorne gewesen? Biologie, genau. Biologie 5. Hätten wir was aufwärtig. Remember, Klaas. The specimens are not edible. No matter how delicious they look. Naja. Was gibt's denn diesmal? Tauber hatten wir beim letzten Mal. Was gibt's heute? Und? Was ist das denn? Ein Schwein? Hä, ein kleines Ferkel. Ist aber ein bisschen gemein. Wudi, wudi, wud. So, komm. La, 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 la. Nein. Bi. Ach, da ist hier ein Nabelschnur. Das ist der Pille, Mann. Du Eierkopf. Haben eigentlich Schweine-Nabelschnur? Ich dachte, die fluppen einfach so raus, hier Dinger. Hier. Mh. Mh. Jam, jam, jam. Oh. Alter, ist das viel. Sollten wir schon... Zumindest bestanden will ich schaffen. Das Herz. Ach nee, alles ist bestanden, ne? Lunge. Komm schon. 66% und ich hab gleich nur noch eine Minute Zeit. Was soll er jetzt haben? Den Magen. Das geht einigermaßen. Von den Formen her. Oh, ich denke, ich werde krank sein. Oh, das geht eigentlich. Sieht auch aus, dass wir es recht geschafft haben. Gibt's gar nicht so die Schlafpunkte, ne? Find ich. Dirk, Hopkins. Nice. Let's see if you can keep it up. Well, Hopkins. You seem to have passed by all the day. There must be some scientific explanation for this. Was gibt's? Ich brauche mehr Krofen. Ich brauche mehr Krofen. Schweine-Kopf freigeschaltet, geil. Da geht's. Done. Warum krieg ich keinen Bonus mehr? Verdammter Mist. Jetzt hab ich gar nicht was denn mehr. Aber der wartet bestimmt da immer da vorne. Ne, doch nicht. So. Fahren um. So, will's zu lang? So, nun. Ja, wir müssen eigentlich komplett wieder außen umfahren, ne? Es gibt keinen schnellen Weg, oder? Ne, das andere ist hier die Bahnstrecke. Die man nehmen könnte. Nein. So, ich fange jetzt hier ganz gemütlich mit dem Skateboard lang. Auch wenn das etwas der Umweg ist. Ich will auch einen Motorroller haben. Wo krieg ich denn einen Motorroller her? Blue Strikes. Blue Strikes, Blue Skies. Da muss ich noch lang. Industriepark. Wie? Ich hatte nochmal Unterricht. Ach, nö, ey. Komm, ich fahre den ganzen Weg hier und jetzt kann ich nochmal... Na, komm, ich fahre gleich nochmal. Sorry, Officer. Ey, komm, bist du was? Machen wir. Weil es ein bisschen blöd ist, dass ich jetzt den ganzen Weg hingefahren bin. Komm, wir machen den Unterricht, das ist einfacher. Ist noch ein bisschen blöd, aber... Naja, komm. Machen wir das halt so. Ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Dann wird es jetzt vielleicht noch eine Erdkunde, Musik oder Fotografie sein, ne? Schon wieder... Oben... Kopf, friss mir den Storch, Alter. Das ist doch Musik. Haben wir es gleich auch fertig? Sollten wir, ne? Musik 5, ja. Nächstes Fach fertig. Will ich hoffen. Ich hoffe, dass ihr alle diese Klasse ernsthaft nehmen. Musik sollte ein unglaubliches Outlet für persönliche Ausgabe sein. Not just an opportunity to bang on things. Bang on things. Ja. Okay, Psylophon. Psylophon action. Psylophon action.